Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal hier bei HULILOL Heute werde ich mal ein kleines Turnier spielen, mal schauen wie weit ich komme Es handelt sich um ein Rumble Turnier Falls ich es gewinne, bekomme ich meinen grünen Titel Weil das wäre dann mein dritter Sieg Heute fahre ich mit meinem Nissan Z Der ist auch aktuell noch im Item Shop drin Falls ihr ihn kaufen wollt Ich weiß gar nicht, ob er dann heute, wenn das Video rauskommt Immer noch im Item Shop ist Aber falls ihr ihn euch auch kaufen wollt Oder andere Sachen aus dem Item Shop Würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Creator Code eingebt Und zwar hier HULILOL Und dann unterstützt ihr mich ein bisschen Darüber würde ich mich sehr freuen Und ich bedanke mich natürlich im Voraus So, ihr denkt aber auch noch dran, ganz wichtig Liken, kommentieren, abonnieren Und jetzt bin ich gespannt, wie weit werde ich kommen Wenn es los geht, seid ihr wieder dabei Ich muss jetzt noch, ja, drei Minuten warten So, da sind wir Die Gruppe wird erstellt Einer muss noch bereit klicken Und ihr schaut auch mal in die Videobeschreibung Da ist mein Twitch Account verlinkt Da würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ich euch beim nächsten Livestream da begrüßen könnte Aber jetzt heißt es wieder warten Nein, er hat gedrückt, dass er bereit ist Mal schauen, wie weit wir kommen werden Ob es nur eine Runde wird, ob es zwei Runden werden Oder ob es der grüne Titel wird Ich bin gespannt Und ich hoffe auf ein spannendes Spiel Naja gut, eigentlich im Prinzip hoffe ich auf Nicht spannende Spiele Ich hoffe drauf, dass wir sehr hoch gewinnen Die Leute dann irgendwann aufgeben Also die Gegner natürlich Nicht meine Teammates Wobei da auch immer die Gefahr ist Dass wenn man 1 oder 2-0 zurücklegt Dass die Teammates dann sagen Ne, habe ich keine Lust mehr Oh nein, da ist gar keiner Oh Mann Hätte ich gewusst, dass da keiner rangeht Wäre ich doch Ja, zum Ball gegangen Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Ja gut, 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 gut Komm, schade Warte, wieder kein Doppelsprung Ah Es wird Es wird natürlich hier wieder ein Durcheinander Schade Ich habe erst überlegt, ob ich die Spikes zünde oder nicht Jetzt zünde ich sie natürlich nicht Weil der Gegner hat die Spikes Und ich hatte gar keinen Boost Geht er rein? Nö Komm on, komm on, komm on, komm on, komm Mach ihn, mach ihn Mach ihn, dann brauche ich mit den Spikes hier nicht rumwursten Okay Okay Wir führen 1-0 Ich war auf dem Weg Aber mein Mate hatte den Boxhandschuh Gar nicht schlecht Sehr schön Das erste Tor ist also gefallen Der Knoten geplatzt Sagt man ja so schön Und jetzt Kann es hier losgehen Rot Du grüner Titel Oh Gott Und natürlich möchte ich ja auch Nächste Woche Der Ausgleich Was ist denn nun passiert? Wie ist das denn passiert? Nächste Woche ein Turnierpunkte Opening machen Ach Mit dem Pümpel Okay Ich weiß nicht Ob ich das gut finde Denn Jetzt haben wir ein Gegentor gekriegt Gut Ach, was ich noch sagen Ja, das Turnierpunkte Opening Kommt nächste Woche Also einfach mal Den Abo Button drücken Wenn ihr das Opening nicht verpassen wollt Was war das denn für eine Aktion? Freunde Erstmal da In die Richtung Den Gegner weggekickt Nein, nein, nein Er hat die Spikes Und wir liegen zwei ins hinten Tolle Sache Tolle Sache Könnte also direkt in die Hose gehen Ach, nee Naja, es gab ja auch gerade schon Das Road to Champion Video Heißt also Falls ich jetzt hier verliere Ich habe wieder keinen Doppelsprung bekommen Ey, das Spiel ist manchmal komisch Ach, da ist er schon Da war er schon Lasst mich doch mal mit dem Ball ein bisschen spielen Jetzt habe ich ein Pümpel Mal schauen, ob ich damit was Äh, machen kann Ich wurde weggetreten Mein Mate hat auch ein Pümpel An die Latte Der ist auch nicht Der ist drin Der ist drin Ausgleich Jungens, Jungens, Jungens Was für ein wildes Spiel Okay, weiter geht's Immer weiter Oh Gott Ich habe ja hier freie Bahn Ich habe das nicht gesehen Den Ball habe ich aber Den hole ich mir Nein, ich wurde getauscht Natürlich Gerade in dem Moment Wo ich die Spikes einsetzen will Werde ich getauscht Ist doch immer so, oder? Ihr kennt das doch auch sicher Und Der geht rein Wir führen Jawohl Oben in den Winkel Habe ich ihn reingeknüppelt Oder reingespiked Egal Hauptsache Wir führen Wir haben das Spiel wieder gedreht Wir haben einen AFKler Ich freue mich Ey, Leute Ernsthaft Ja, sorry Sorry, hilft uns auch nicht Weiter hätten wir jetzt ein Gegentor gekriegt Ja, gut Das war nicht so klug Nein, eingefroren der Ball Och Mann In dem Moment Wo ich den Schönen Magneten habe Der Ball geht Der geht Der geht 4-2 Wir könnten die erste Runde schaffen Das wäre doch super Das wäre doch Mal ein Anfang Und weiter, weiter, weiter Er fliegt aber Ich habe auch noch einmal einfrieren So, Not Gehe ich ihn jetzt ein Nein, nein Ey, das gibt es doch nicht Was die für ein Ja, was wir für ein Pech haben Immer wenn ich aus so einer Situation den Pümpel mache Dann wird der auf einmal komplett Deaktiviert Der reißt Das Seil reißt Und bei ihm natürlich Da klappt das Der Ball geht genau ins Tor Ähm, ja Ich weiß es auch nicht Komm Oh, oh Ich habe einen Boxhandschuh Ich habe einen Boxhandschuh Warum fliegt der in die falsche Richtung Der Ball Kann mir das einer erklären? So Jetzt erstmal weg damit Der Ball fällt ins Tor Nein Nochmal in die Mitte gespielt Oh Er hatte wohl den Äh, den Enterhaken Ja, 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 ja Ich habe ihn Ich habe auch noch ein bisschen Boost Es reicht nicht Es reicht nicht Was bekomme ich für eine Fähigkeit? Bitte eine gute Tauschen Oh, tauschen war nicht die beste Fähigkeit Kann dir noch einer nehmen? Sehr schön Auch mit dem Enterhaken Genau Super Ja, das, das Ich habe auch noch mal den Enterhaken Und ich verteidige jetzt Jetzt passiert hier nichts mehr Und wir sind Wir sind nicht durch Nochmal weg mit dem Ball Komm, komm, fall doch auf den Boden Ja Jawohl Erste Runde geschafft Haha Die nächste Runde startet Come on Weiter so wie gerade Naja, vielleicht ein bisschen besser Ohne die ganzen Gegentore wäre schön Aber in Rumble Kannst du halt nicht verhindern Dass du ein Oder mehrere Gegentore bekommst Das war eine schöne Parade Schöne Parade Wirklich So Nein Nein, die haben die Spikes Ja, es geht doch schon wieder los Die beste Kraft, die ich hatte Ähm Magnet Und die haben natürlich direkt die Spikes Ist doch ganz klar, oder? Logisch Schöne Tor-Explosion Die Äh Waren das die Kobaltblauen Oder die Himmelblauen? Ich glaube war Kobalt Oh Mann, wieder kein Doppelsprung Alter, dieses Spiel Äh, die Kobaltblauen waren das glaube ich, oder? Ich würde jetzt sagen Kobalt Ich habe einen Pömpel Ich habe einen Pömpel Ich habe einen Pömpel Ich habe einen Pömpel Und nehme den Ball Und mache ihn rein Der Ausgleich Let's go Mit freundlicher Mithilfe Natürlich von den Gegnern, ja Weiter, immer weiter Oh, der war schlecht, der war schlecht, der war schlecht Das sehe ich selbst ein Ich habe auch die Spikes, aber ich Ich sage ja, ich habe immer arge Probleme aktuell mit den Spikes Ja, genau Tolle Sache Ich habe immer arge Probleme mit den Spikes Ich meine, ich habe den Ball jetzt nochmal Aber ich habe die Spikes schon wieder verloren Lag auch sicherlich daran, dass ich erst zu spät am Ball war Ne, komme ich nicht hin Ja Okay, 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 okay Jawohl Gut verteidigt die Spikes Richtig schön Und jetzt knüppel ich den Ball nochmal nach vorne Und der geht nicht rein Schade Ich dachte schon, dass der Ball vielleicht sogar Reingehen würde Sah kurzzeitig so aus Ah, den einen weggetreten Aber irgendwie war das Der falsche Wobei, egal Die sind Oh, eingefroren Weil die sind ja eh beide zum Ball gegangen Und der ist drin Wir führen Jawohl, ja Junge, 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 Junge Hier ist was los Spiel gedreht Nein Vorsicht Ernsthaft Ihr seid zu zweit da und der Ball geht trotzdem rein Aus der Entfernung Ah, okay Der Stellungsspiel war nicht so pralle Ich meine, mein Pass zum Gegner War auch nicht unbedingt nötig Aber Das Stellungsspiel von den beiden anderen war Jetzt glaube ich Äh, ausschlaggebend Für das Gegentor Wobei natürlich erst der Pass ausschlaggebend war Weiß Ich muss einmal einen tauschen Damit ich schnell eine neue Kraft bekomme Meine tauschen ist auch nicht schlecht Wenn einer die Spikes hat Aber Seht ihr Jetzt habe ich nämlich den Boxhandschuh bekommen Und der Boxhandschuh ist eine ganz, ganz lustige Sache Ah Überhastet Überhastet Hätte ich viel, viel mehr draus machen müssen Er steht immer noch Unentschieden Nein Mein Mate hatte die Spikes Ah, das ist ärgerlich, ne Aber ist mir gerade auch passiert Da müssen wir durch Eingefroren Er hat die Spikes verloren Gut, dass ich mein Einfrieren Mir aufgespart habe Einfrieren ist eine gute Sache Gegen Spikes Genau wie der Hinterhaken Oh Gott Wurde übertaktet Ich fliege und fliege und fliege Ich komme gar nicht mehr an Boden Ich habe einen zerstört Oh Gott Nein, schon wieder Spikes Wie oft denn noch Aber schon wieder verloren Sehr gut Das wäre jetzt das dritte oder vierte Mal Das wäre jetzt das dritte oder vierte Mal, dass die mit den Spikes am Ball gekommen sind Komm, 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 komm Nein Komm doch hierhin Oh, das darf nicht wahr sein Das darf nicht wahr sein Da schaut mal, wie er mit dem Magneten Wie viel Kraft der Magnet auf einmal bei dem hat Lächerlich Jawohl Jawohl Wir führen Hahaha Wuhu Das war eine Dreierkombination Ich habe ihn mit dem Pömpel gezogen Der eine hat ihn mit den Spikes gehabt Und von hinten kam noch der Boxhandschuh vom dritten Mate Also, irre Das war mal richtiges Teamwork, würde ich sagen Ich tausche den mal weg Weiß ich nicht Keine Ahnung Ja, ja 4-2 Auf dem Weg Zum grünen Titel Jawohl Komm Schaffen wir Weiter Uh, gefährlich Noch 30 Sekunden Zwei Tore Vorsprung So weit So gut Ich habe ihn noch mal weggetreten Oh Wurde auch noch mal getauscht Der geht nicht Der geht nicht Keine Sorge Einmal übertaktet Ah, schade Aber der Äh, das Spiel ist rum Wir haben gewonnen Wir sehen uns in der nächsten Runde Seht ihr es? Wie ich die Zukunft voraussagen kann Unglaublich Nächste Runde Äh, leider Ist es meine Hassmap Oh Mann Oh Mann Ich weiß jetzt schon Wie das Also wenn wir das gewinnen Ist es Glück Außer meine Mates Lieben diese Map Und können diese Map Ich bin hier leider Oh Gott Da kommt schon der Boxhandschuh Ich habe die Spikes Ey, lass mich los Lass mich Ja super Komm 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 Der ist nicht drin Was macht der Oh Gott Oh, schön Schön, schön Oh nein Wir haben jetzt Zweimal die Spikes Abgewehrt Weiß nicht Ob ich das gut finde Aber Muss ich durch Ne Leider Wir sind jetzt hier Aktuell im Viertelfinale Schön, dass du da warst Das ist gut Ich verteidige Ich habe nämlich Den Grünen Enterhaken Warum ich jetzt Die Farbe dazu gesagt habe Er schließt sich mir auch nicht Weiß ich nicht Ich war einfach in Gedanken Und habe dann Grün dazu gesagt Ja Ich meine offensichtlich Ist er ja grün Schnell mal hier den Ach schade Ich wollte ihn hier abpacken Nein Ich habe ihn gesaved Ich habe ihn am Bau Nicht gesehen Habt ihr den Ball gesehen Dass der auf mich zukam Jo Alles klar 197 kmh Ey Im Leben war der Nicht mehr haltbar Für mich Selbst In normaler Geschwindigkeit Von 80 bis 100 Wäre das schon Schwierig geworden Wir liegen aber wieder 1-0 zurück Wie in den letzten Beiden Spielen Auch Wir müssen das Spiel Wieder drehen Ich habe wieder die Spikes Oh Mann Ich weiß nicht Ob ich das gut finde Ich mag die Spikes Tatsächlich nicht Ja 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 Mann Der Ausgleich Obwohl ich die Spikes Schon verloren hatte Aber zum Glück Ist der Ball noch Ich weiß nicht was der Gegner Da gemacht hat Warum ist denn der stehen geblieben Na ja gut Egal Wir haben den Ausgleich Und ich habe den Kickoff Verdödelt Upsi Ich war noch so in Feierlaune Dass ich den Ausgleich Gemacht habe Dass der Kickoff Komplett an mir Vorbeigefahren ist Also ich bin am Ball Vorbeigefahren Alter Schwede Gefährlich Ja Ja Komm Nee Komm ich nicht hin Schön 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 Wir haben das Spiel Wieder gedreht Unglaublich Der Jackson Boy Hat es gemacht Das ist auch ein Name Ne Der Jackson Boy No Gott Bin ich nicht Hingekommen Ja Ich hasse die Map Ich hasse sie einfach Das war ein schöner Schuss Die Parade war auch nicht von schlechten Eltern Und wir haben die Spikes Schwierig Schade Was mache ich denn jetzt Ich werde getauscht Mir wurde die Entscheidung abgenommen Ich fahre zurück zum Tor Den einen habe ich mal übertaktet Nein Ich wurde weggetreten Und zerstört Alter Hier ist was los Ey da macht ihr euch kein Bild von Ich habe ihn geblockt Der kommt also erstmal hier so schnell Nicht wieder zurück Geht er rein Nee Ich mache ihn Ich mache ihn 3-1 3-1 Mit dem Boxhandschuh Tja Könnte Halbfinale werden Eieieieieiei Also wieder ein kleines Video mit Überlänge Ah schade 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 Hast du ihn Ja Ich verteidige Ich habe wieder den Enterhaken Diesmal habe ich es mir verkniffen Die Farbe zu sagen Ja Komm Und weg damit Sehr schön Okay Den einen Gegner habe ich wenigstens gebannt Und das hat geholfen Glaube ich Also mein Bump War so wichtig Da habe ich ihn weggebannt Er kam nicht mehr zurück Ja Richtig guter Bump Von mir Haha Ich liebe es 4-1 Hätte ich auf dieser Map Nicht erwartet Bin ich ehrlich zu euch Junge 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 Ab ihn Ab ihn Mit dem Wirbelsturm Habe ich ihn weggedreht Ich Ich Richte das nicht hin Mit diesen Stufen da In der Map Das nervt mich einfach zu sehr Nein komm doch mit Aber egal Wir können das Spiel ganz entspannt hier Ja komm König Mach das Tor Egal Wir sind im Halbfinale Let's go Noch 4 Siege Im besten Fall Dann habe ich den grünen Titel Das wird ein langes Video Eieieieiei Wir sind im Halbfinale angekommen Und Was soll ich sagen Wie viel Pech willst du haben Zweimal hintereinander Diese Drecks Map Es ist So nervig Ich kann euch nicht sagen Wie sehr mich das nervt Ehrlich Junge 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 Wieso bin ich denn Ich habe doch Das war lächerlich Ich bin mir sicher Ja und er macht nur noch rein Kein Problem Jackson Boy Ich weiß nicht Ich mag diese Map echt nicht Und ich bin mir sicher Ich bin gerade Mit den Spikes Durch den Ball geglitscht Zumindest sah es jetzt Für mich so aus Wir sind beide am Ball vorbei Ach du je Mini Ich hatte eigentlich gedacht Dass er den Ball trifft Und Ja Aber er hat auch gedacht Dass ich den Ball treffe Ja natürlich Ich dachte schon Dass er jetzt mit dem Magneten Und übertaktet Da durch die Welt fliegt Und ich bin zerstört Und Der Ausgleich Unglaublich Habe ich gar nicht kommen sehen Wie ist das denn passiert Guter Schuss Hey Super Wir müssten Wenn wir gewinnen wollen Schon wieder Ein Spiel drehen Einmal weg mit dem Ball Was bekomme ich Einen Wirbelsturm Ja danke erstmal dafür Und der Ball geht Richtung Tor Kann da einer was mitmachen Ja Mann Ja Mann Ja Mann Wir führen Spiel Schon wieder gedreht Was ist denn los hier Haha Mit dem Pümpel Schön Weiter geht's hier Oh nein Ich habe falsch gestanden Oh oh Kann da einer rangehen Ich bin gerade maximal Äh verwirrt Und immer falsch Ein Boxhandschuh Warum kann ich damit was machen Jawohl Jawohl 3 1 Irre Aus ne 1 0 Äh aus nem 1 0 Rückstand 3 1 Führung Hier ist was los Du Ja Ja Nein zu langsam Zu langsam Oh Safe von mir Haha Schön Nein Kann ihn einer machen Ich habe den Ball glaube ich Falsch eingefroren Das war auch nicht so klug Ich hätte den Ball gehabt Konnte aber mein Mate glaube ich nicht wissen Sonst wäre er nicht zum Ball gegangen Ich verteidige Ich habe nämlich schon wieder den Enter hakeln Jetzt bleibe ich hier ganz geschmeidig hinten im Tor stehen Und warte einfach auf die Dinge die da kommen Sieht gut aus Sieht sehr gut aus Sieht sehr gut aus Ich brauche gar nichts machen Macht ihn rein Ja man Der Jackson Boy Macht ihn rein Richtig gut mit dem Magneten gearbeitet Wir haben gewonnen Das erste Spiel haben wir gewonnen Die Gegner haben das erste Spiel aufgegeben Alter Schwede Ja wir gehen jetzt ins zweite Spiel Wenn wir das auch noch gewinnen sind Wir im Finale Okidoki Los geht's Und ihr seht wie gut Dieser Nissan Z ist Also falls ihr ihn euch kaufen wollt Denkt auch an meinen Creator Code Holy lol Einfach eingeben Das kostet euch nichts mehr Und ich kriege halt Ein paar Cent davon ab Von Epic Nicht von euch Ihr habt damit Keine mehr Kosten Ja 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 Let's go Jackson Boy Aber er ist ja nicht nur Jackson Boy Er ist ja Jackson Boy 100 Na Jetzt überlegt mal Er wäre nur Jackson Boy 99 Ja Ein bisschen drüber Ah er geht hin Ein weggetreten Ich hab den ein weggetreten Der konnte nicht verteidigen Und deswegen konnte Jackson das Tor schießen Ja man Huh Das wird ein langes Video Ich hab das Gefühl Wir können ins Finale kommen Ein schöner Kickoff von mir Braucht ihr nur noch über die Linie machen Schade Ich glaube der eine ist nämlich AFK Hier kommt nämlich nochmal mein Pömpel Ich will auch noch ein Tor machen 3 Zu 0 Guckt mal Die haben gar keine Lust mehr Hahaha Ich meine die haben Lust Aber das ist tatsächlich Eine andere Lust Hahaha Da ist er Oh ich wollte gerade sagen Das ist er drin Ich mach ihn Ich mach ihn Ich mach ihn Ich mach ihn Hahaha 4-0 Hahaha Ne Das Tor habe ich mir dann nicht nehmen lassen Hahaha Ich sag mal so Ich schaue mal wieder in meine Glaskugel Und ich bin mir sicher Wir sind im Finale Bisschen entspannter hier spielen Schau mal fürs Finale vorbereiten Mach ihn Mach ihn Jawoll Der Jackson 100 Jackson Boy 100 Entschuldigung Jackson Boy 100 Ich weiß ja nicht ob du Deutscher bist Ich weiß nicht ob du das Video siehst Aber schreib mir mal Wenn du das Video siehst In die Kommentare Wie kommt man auf Jackson Boy 100 War Jackson Boy 99 schon weg? Hab ihn zerstört Hab ihn getauscht Hahaha Und der Ball ist drin 6-0 Und das im Halbfinale Wir sind einfach super Und wir haben gewonnen Sie haben aufgegeben Das war easy Wir kommen jetzt ins Finale Das wird eine Weile dauern Ich werde mir mal einen Kaffee holen Und wenn das Finale startet Seid ihr wieder dabei Wir sind im Finale Freunde Jetzt geht es um die Wurst Wenn wir das hier schaffen Willkomme ich den grünen Titel Und den möchte ich doch so gerne Come on Schön gehalten Ich verteidige Ich habe nämlich wieder den Enter Haken Und das heißt verteidigen Da passiert nichts Oh doch Ich musste jetzt den Enter Haken einsetzen Weil sonst wäre es Vielleicht zu einem Gegentor Nein Oh ich dachte schon Er macht ihn jetzt Weil er die Spikes hat Sonst wäre es nämlich Vielleicht zu einem Gegentor Gekommen Jawohl Der Wirbelsturm Wieder schwer unterwegs hier Ja 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 Wir führen 1-0 Und wieder der Jackson Boy Alter Hier ist was los Jackson Boy Knüppelt hier die Bälle ins Tor Das ist nur so Kracht Ja Das war gar nicht so schlecht Ich wollte erst meckern Dass er auch mitfährt Zum Anstoß Aber es war gar nicht so schlecht Komm Den hole ich mir Den hole ich mir nicht Aber ich kick den einen weg Es reicht aber nicht mehr Nein Der Ausgleich Oh Mann Sollte das kein gutes Zeichen sein Dass wir geführt haben Weil bis jetzt haben wir mal alle Spiele gewonnen Wo wir zurückgelegen haben Um das Spiel dann zu drehen Haben wir immer richtig Gas gegeben Aber ich glaube wir haben bis jetzt nur Im ersten Spiel geführt Oh gefährliche Sache Gefährliche Sache Nein Was mache ich denn Ich habe die falsche Taste gedrückt Ich honk Ich honk Ja Nein Verdammt Wieso war sein Magnet stärker als meiner Ich verstehe es nicht Ich kann nochmal auf den Block gehen Ich hatte aber keinen Boost mehr Ja 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 Der geht Der geht Der geht Guter Schuss Mann Sehr schön Schöner Aufsetzer Richtig gut Nein Nicht da hinspielen Da kann ich den Ball doch nicht blocken Der geht drüber Und auch ins Off Oh nein Ich habe schon wieder dies Oh Gott Das war knapp Leute 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 Oh ich bin am Ball vorbei Ich habe einen zerstört Nein Eingefroren Was stimmt denn mit euch nicht Komm Nein 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 Oh Gott Ey Habt ihr das gesehen Ey Wie mich die immer alle nerven Wenn ich mal die Spikes habe Deswegen mag ich die Spikes eigentlich gar nicht so Weil du dann immer genau im Fokus der Gegner bist Jede Fähigkeit die die aufbieten können Bieten sie dann auch auf Um dir Mit den Spikes das Leben schwer zu machen Finde ich nicht nett Ich friere den Ball da oben ein Haha Keiner trifft ihn Hahaha Oh schade Nochmal nach vorne mit dem Ball Bring ihn in die Mitte Oh Gott Zum Glück habe ich den noch irgendwie berührt Ähm Ich verteidige mal Ich habe nämlich wieder den Enterhaken Kommt der Ball Ich mache es trotzdem Ich habe nämlich gewusst Der hat nämlich den Boxhandschuh Ich habe das kommen sehen Der hat da nämlich so gelauert Der Gegner Da wusste man irgendwie schon Na Entweder Boxhandschuh oder Pömpel Wobei Boxhandschuh da schon Ja ich habe ihn auf dem Auto Ich habe aber keinen Boost mehr Ich fahre einfach Ich fahre einfach 3 1 Hahaha Wir führen 3 zu 1 Das könnte echt was werden Das könnte was werden Und dann habe ich glaube ich auch genug Punkte schon zusammen Für ein schönes Opening Ich habe keinen Boost Wenig Boost Ah Latte Wow Schön Schwein gehabt Ich hole mir den Boost hier Und wir machen das 4 1 Wir müssen jetzt noch ein Tor schießen 5 1 Damit wir die Moral von den Gegnern für das nächste Spiel Schon mal im Vorfeld brechen Die müssen jetzt schon mal merken Jawohl Sie haben aufgegeben Das ist auch ein gutes Zeichen Dann merken sie jetzt schon mal Pass mal auf Oh man Gegen die haben wir keine Chance Ich mache mich bereit Come on Okay Das Ich hoffe Letztes Spiel In diesem Turnier Wir machen das hier Wir machen das Ich hoffe Wir haben die Moral Von etwas gebrochen Von den Gegnern Nein Was mache ich denn Den einen weggetreten Schade Ich wollte ihn in die Mitte bringen Aber irgendwie habe ich gerade Komplett Die Orientierung verloren Bisschen Nervosität Ist da auch gleich Ich möchte ja unbedingt Ich verteidige Ich möchte ja unbedingt Meinen grünen Titel Der Ball Ist drin Wir führen 1 zu 0 Der Jackson Boy Ey Großen Dank An den Jackson Boy Alter Der macht hier Einen richtig Guten Job Der gefällt mir Richtig gut Jawohl Der Kickoff war nicht schlecht Gibt sicherlich bessere Kickoffs Aber ich bin zufrieden Damit gewesen Wirbelsturm angemacht Ich fahre mal ins Traum Mit dem Wirbelsturm Alle Nerven Alle Nerven Aber hat nicht gereicht Hat nicht gereicht Schade Oh Gott Er hat den Ball noch getroffen Kurz bevor ich dann da war Was bekomme ich? Ein Boxhandschuh Ich bekomme ein Boxhandschuh Oh Mann Was mache ich denn? Schade Wäre der da nicht im Weg gewesen Hätte ich den Ball reingeknüppelt Naja Reingeboxt Oh 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 Nein 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 Bumpt mich doch nicht Meine eigenen Teammates Bumpten mich Das war jetzt nervig Sag ich euch wie es ist Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich Das Gegentor Jawohl der Ausgleich Ich habe es kommen sehen Ich habe es im Urin gehabt Nachdem ich da von allen einmal quer durch die Gegend gebumpt wurde Habe ich es kommen sehen Dass wir da das Gegentor kriegen So schade Ja aber ich Ich habe die Hoffnung Immer noch Dass wir das jetzt in diesem Oh Gott Hupsi Ich mache gerade extrem viele Fehler Das ist nicht gut Ja Warum Wir bampen uns hier gerade alle Also ich weiß nicht Ja Komm Oh nein Eingefroren Ich verteidige Geh doch weg Ich verteidige Geh doch weg Ich habe es doch geschrieben Keiner hört mir zu Oh Gott oh Gott oh Gott Oh Gott Wo ist dieser Der Enterhaken Aber echt nicht so prall Aha Hat nichts gebracht Nehmt ihn Nehmt ihn Ja Schön Nein Schlecht Nein Wir liegen zurück Nein Wir liegen zurück Frechheit Absolute Frechheit Was erlauben die Gegner sich Die könnten einfach aufgeben Die könnten einfach aufgeben Dann würden sie unsere Zeit Nicht verschwenden Hast du ihn Komm Warum Der Ball wäre reingegangen Hättest du dein scheiß Boxhandschuh Nicht benutzt Und der Ball ist Reden Ausgleich Der Ball wäre 100% reingegangen Ohne den Boxhandschuh Gerade Mann 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 Okay Unentschieden Noch Ja Knapp Zwei Minuten Nicht mehr ganz Zwei Minuten Könnt ihr da was Gegen machen Ich wurde weggetreten Alter Schwede Aber so richtig Weggetreten Ich weiß nicht warum Aber ich habe irgendwie Das Gefühl gehabt Dass ich den Was macht ihr da mit dem Wirbelsturm Das gefällt mir nicht Oh schön Ich hätte aber auch Noch mal ein Frieren gehabt So ist nicht Come on Come on Come on Ah schade Hä Wo kommt er denn her Auf einmal Mann Pömpel Pömpel Habt ihr gesehen Wie sinnlos Mein Pömpel Da war Schade Ich habe keinen Doppelsprung gehabt Das dritte Mal Im Turnier Ja Wurde weggetreten Aber sinnlos Weggetreten Und schade Ich friere den Ball ein Nein 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 Einfach Nein Ne Mit dem Boxhandschuh Weggemacht Nein Falsche Richtung Er hat ihn Ich tausche Verlängerung Wir sind in der Verlängerung Im entscheidenden Spiel Wie Knapp Wie spannend Wollen wir es denn Machen Unfassbar Dankeschön Das war Unnötig Er hat ihn Er hat ihn Er hat ihn Nein Nein Das darf nicht wahr sein Wir haben dieses Ding verloren Und wir müssen noch ein Spiel machen Ach Laber nicht Das ist jetzt das dritte Und letzte Spiel Nach dem Spiel Nach dem Spiel ist auf jeden Fall Schluss Entweder mit einem grünen Titel Oder mit einer Niederlage im Finale Ich wünschte mir natürlich Dass wir mit einem grünen Titel Schluss machen heute Ich wurde gebammt Habe ihn eingefroren Ihr könnt mir Oh Wir haben ihn eingefroren Boston Mach ihn Mach ihn Mach ihn Herr Martin Jackson Boy Let's go So früh in der Saison Hätte ich glaube ich Noch Ne Ich glaube so früh in der Saison Hatte ich noch nie einen grünen Titel Ich hasse das Spiel Ja 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 Nein Schade Ich verteidige Ich habe den Enterhaken Geh du Geh du Ja Schön Ich bleib noch hinten Schade Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich dachte ich komme durch Was für eine Parade Den einen übertaktet Nein nicht 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 berührt Oh Gott Oh Gott Oh Gott Eingefroren den Ball My mate ist da Ich habe ihn nochmal berührt Ich habe keinen Boost mehr Oh nein Wir haben beide den Enterhaken gehabt Hat er mal Hä Hätte er mal was geschrieben Dass er verteidigt oder so Er hätte ich ja gewusst was passiert Gebammt habe ich ihn Getreten habe ich ihn Oh was Was ein Glück Was ein Glück Was ein Glück Wir führen immer noch 1 zu 0 Nein Nein Der Ausgleich Das war ein Eigentor oder Ne doch nicht Ne Ne Ach Der Albin Oh Mann Jetzt aber komm Ich habe ihn nochmal geblockt Den Ball Also Zeit rausgeholt Für meine Mates Dass die sich positionieren können Bauch schon mal mit dem Ne Du kommst nämlich nicht zum Ball Sacknase Ja Schade 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 Wo mir den Boost hier Habe den Magneten Im Normalfall kann ich was mit dem Nein 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 Ja Ich habe den Magneten Und was für ein Zufall Hat er natürlich die Spikes Und ich kann mit meinem Magneten Nichts machen Wurde gebammt Und wir kriegen das Gegentor Doch nicht Oh Nein 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 Auf keinen Fall Nein Sehe ich nicht ein Ne Ne Jegliche Form von nein Ja toll Er ist zwar unter die Decke gegangen Aber Nicht so wie ich es mir vorgestellt habe Ich friere den Ball ein Ich friere den Ball ein Ne Du machst hier nicht noch ein Tor Ne Ne Nein Ja Nein Warum denn Wieder nicht Wow Hält ihn Sehr schön Ich habe gerade ein bisschen Boost Probleme Weil ich fahre Nicht im verdammten Boost Vorbei Komm spawn Er spawnt nicht Er spawnt jetzt Ich habe die Spikes Leicht aber nicht Ich komme nicht hin Was nützen mir die Spikes Wenn ich nicht am Ball komme Vernünftig Ich komme hinten dem Boost Oh nein Die haben auch die Spikes Ich habe nichts zum Kontern gehabt Wir liegen 3-1 hinten Wir verlieren das Ding Wir verlieren das Ding Ich meine Wir haben noch eine Minute Aber ich habe jetzt Irgendwie das Gefühl Dass wir verlieren Nein Nein Come on Ja Ja Das war nicht schlecht Rüber Habe ihn gebammt Wow Ey das Ja Ich komme aber auch hier Nicht zum Spielen gerade Die haben natürlich schon wieder die Spikes Natürlich Warum auch nicht Ey Ich werde ja irre Das Spiel Hat sich entschieden Dass die Gegner Gewinnen sollen Sonst hätten sie nämlich Die ganze Zeit Nicht die Spikes Gehabt Und Ja Diesen Glück Was die die ganze Zeit hatten Dass das Glück Der Der Gegner Nee Reicht nicht Der Ball geht nicht rein Und Wir verlieren das Ding Ach Verdammt Ist das ärgerlich Ist das ärgerlich Ich hatte echt Die Hoffnung Dass wir das Ding Gewinnen können Oh Gott ey Langes Video Ein langes Video Jeder der Es bis hierhin geschafft hat Schreibt mal in die Kommentare Ich habe es geschafft Wir bekommen ein paar Punkte Nicht viele Punkte Aber ich hatte mir mehr Punkte erhofft Schade So Freunde Das war es für heute Ihr denkt dran Falls ihr euch was im Itemshop kauft Zum Beispiel Den Nissan Z Oder hier auch Die Tokio Die Neo Tokio Pakete Dann Tragt doch meinen Creator Code ein Hier Holy lol Darüber würde ich mich sehr freuen Und jetzt Wünsche ich euch noch einen schönen Tag Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder Bis dahin Ciao 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 Untertitelung. BR 2018